Big Mac Big Mac Big Mac Ey, auf korrekt, ich bin weg, der Geist Hey, was geht meine lieben Freunde? Na, wir schauen uns heute wieder gemeinsam lustige Sachen an aus dem Internet um eigenen Content zu vermeiden Ha 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 Grenzwertig Seiche Mit dabei ist leider ihr Weifer D weil das Video mit Alphasteinen nicht so viele Aufrufe bekommen hat Wir schauen uns heute gemeinsam German Cringe Tiktoks an meine Freunde, ich bin mir sicher, dass wir die komplette Familie von Lukas heute auch hier wieder auf TikTok finden werden. Lukas, bist du bereit? Es ist mir egal, ich würde sagen, wir fangen an in 3 2, 1 und 0 Und Lukas, dieses Mal nicht lachen Challenge, du weißt wie es ist Wer lacht, muss sich Wer lacht, muss sich eine Backpfeife geben, also 3, 2, 1 und los Keine Ahnung, wo das Intro her ist Cringe Up, oh nein, stimmt Willkommen auf dem Channel von Ladkabel Oh ne, ich will da nicht drin sein Sau unangenehm, Digga Dass da Orange im Orange ist, Alter, sau unangenehm Ich bin ein Mädchen mit Berliner Schnauze Und wenn das nicht reicht Alter, Lippensynchron des Todes Glaubt, die hat einen ganz anderen Song einfach gesungen, Digga Die hat einfach, die hat einfach einen komplett anderen Song gesungen, wirklich Ich bin nicht sauer Okay Okay Oh Alter Digga, dein Clip hätte man gerade auch 1 zu 1 in diese Compilation mit einblenden können Ja normal Digga Ganz kurz, 3, 2, 1 jetzt Ihhh, ist das unangenehm Du siehst aus wie Mero, nein Jaja doch Nein, Digga, nein Nein, Digga, der sieht nicht aus Nein, der sieht nicht aus wie Mero Okay und die Musik dabei ist gemutet natürlich Leute Im Hintergrund hört ihr jetzt Xylophon Musik Von Epidemic Musik Du musst mir das nicht sagen, ich weiß das selbst Was? Ja, er weiß das schon Aber klar Hat's grad bei dir geklopft? Ne, ich hab auf den Tisch geklopft weil Perfekt Christian N aka Mero Kurz Leo, hier kannst du auf jeden Fall, ähm, hier kannst du den Originalton drin lassen weil kein Algorithmus der Welt kann erkennen was hier gesungen wurde Ich hab's gefühlt, ich hab's gefühlt Melina Melde dich nochmal bei Dead Lefty Sauce, vielleicht kann der dir noch tanzen beibringen, dann bist du der geborene Superstar Warum lädt man sowas hoch? Warum nicht? Warum? Lukas, jeder kann hochladen was er will, jeder darf hier hochladen was er will, okay? Junge, 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 du hast ein paar mal gedacht, du musst dir ein paar Bugpfeifen geben, auf geht's Du machst dir jetzt Bugpfeifen sofort Ah, geil Was kommt jetzt? Was, hä? Hä? Meine sehr verehrten Damen und Herren Was? Das ist das erste deutsche Fernsehen Warum ist Kevin Orange Orange mit diesem Ding hier drin, what the fuck? Hä? Die Nachrichten werden präsentiert von Jonathan unter Schrich 824 Das ist doch nicht... Spannende Themen von der Feuerwehr Heute geht es um dieses Logo Das habt ihr bestimmt schon mal an der Feuerwehrwache oder auf den Feuerwehrautos bestimmt sogar schon mal selber gesehen Also das heißt... Aha Retten Ja, Wasser Löschen Ja, Kran Bergen Ja Und schützen Das sind die... Das sind die... Was heißt denn das Schützen? Der ist in einem Boot Ach, Digga Wenn das jetzt der Kanal von Orange um Orange ist, schiebe ich mir selber in den Kopf wirklich, Alter, ehrlich Das war der auch nicht am Anfang Ja, Feuer Danke, Joni Danke, Jonathan Danke Danke, Jonathan Im Matchen, du sitzt einfach im Zug und willst in Ruhe einfach Bahn fahren und neben dir sitzt jemand und du hörst ja nicht, was der macht und er sitzt nur da Achtung, Leo, ganz kurz ein paar Bahngeräusche bitte im Hintergrund Digga, also das ist ja mal anders unangenehm, macht das doch einfach in eurem Kinderzimmer oder sowas, geht doch nicht in die Öffentlichkeit, ihr verwirrt doch alle alten Menschen über 30 So eine alte Oma, die kennt kein TikTok und nix, die guckt nach links und dann hängt er da Digga, das ist... Also das ist... Man weiß es nicht Junge, 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 gut, dass hier immer andere Musik untergelegt wird, Leo, danke dafür, danke Ja, wann... Wie lange dauert das? Ja, okay, alles klar, Digga Ja, Junge, mach die komplette... Es reicht jetzt, Digga, es reicht... Jause ist ein Top-Song, ich weiß das Jause ist ein Super-Hit Hallo, es reicht, die Jause ist heute hier, wir haben... Digga, die dreht komplette Musikvideo, Digga, die dreht komplette Musik... Nur für dich, Bibi, nur für dich, Bibi Hör doch auf, aah Mundschutz an, es ist Corona Mach Mund... Sarah, bitte zieh Mundschutz an, bitte, wegen Corona, bitte Ein paar wettertechnischen Problemen kann ich ihn euch nicht zeigen, aber er ist fertig Hä? Was ist fertig? Folgt mir... Was? Was? Es geht doch einfach nur darum, in die Kamera zu gucken und irgendwas zu machen, während irgendwo ein Leaf im Hintergrund läuft, oder? Ja, das ist TikTok Eigentlich könnte man ja auch... Kennst du diesen übertrieben Lauten, diesen... Aaaaaaah Aaaaaaah Das ist überlaufen Sound Eigentlich könnte man das hier auch einfach da hinlegen und dann einfach nur sich zur Kamera... Also, es ist ja egal, es könnte auch ein Rasenmäher-Sound im Hintergrund sein, oder? Ich glaube, Leute, ich mach jetzt hier eine Ansage, ich mach jetzt hier eine Ansage Wenn dieses Video 50.000 Likes erhält, mach ich ein TikTok-Account und ich werde nur solche Videos hochladen Nichts anderes, Digga Und dann wird... Dann wird es die andere Kollaboration mit Herr Anwalt und Julia Bütix geben Dann werden wir mal sehen, wer hier deutsche TikTok-Superstar wird Ich fühle, wie sie zur Minecraft-Musik tanzt, muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir einfach weiter скombin Bank Big Mac Like Was geht hier ab?! Ehrenmann Digga, ich feier den so da, ich find den so geil die Chief Brilliant Digga, den. Also, das soll mein Subalert werden jetzt. Bro, kurz einmal weiter singen, wenn ich das benutzen darf. Er hat aufgehört. Er hat aufgehört. Ich darf es nicht benutzen. Schade. Ja, Mann. Chill mit dem Briss. Weiter. Komm. Komm. Heute singe ich für die italienischen Leute, oder egal ob Erwachsen oder Kind. Ein Lied, weil ich liebe Italiener, ich hatte ja mal einen italienischen Kumpel gehabt, leider nicht mehr, leider habe ich keinen italienischen Kumpel mehr, sondern nur andere Kumpel, aber kein Italiener mehr. Bro, danke für die Lebensgeschichte, kommt jetzt hier noch was Musikliches oder? Also ich muss jetzt was singen. Er hat es nicht mal geschlossen. Ich hab's nur einen Gefallen tun, einmal dein altes Intro einblenden und dann mit dem Song. Ja, ganz kurz. Perfekt, Digga. Digga, krill. Digga, also mittlerweile haben wir wirklich ein Level auf TikTok erreicht. Aber das finde ich witzig, Digga. Knossi als Rolemodel finde ich absolut richtig, ja. Auch hier wieder, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das fühle ich auf jeden Fall, wie er hier zu den Villager-Sounds wirklich am Upturnen ist. Ganz wild. Wir hören nochmal ganz los hin, Lukas, wir hören nochmal ganz los hin. Oh. Digga, ich muss, ich muss los, ich schwöre es. Ey, das ist das, was Chen auch gemacht hat, ne? Das finde ich nicht schlecht. Das Letzte. Ich fang erst an zu beißen, wenn es geil wird. Klar. Dann fängt er halt an zu beißen, wenn es geil wird. Ist ja ganz normal, Digga. Also bin ich... Digga. Oh, schwierige Nummer, wirklich. Gut, bei der Frau brennt es, die hat einfach währenddessen einen TikTok gemacht, statt die Feuerwehr zu rufen. Auch in Ordnung, warum nicht? So, ich grüße mal ganz schnell Amy's Ananas. Aha. Grüße zurück an Amy's Ananas, Agnes, danke dafür. Vor allen Dingen heißt der Kanal Malte, Finn, Chroma. Ich weiß nicht, warum die Agnes 4H. Digga. Ist dir auch egal, ist dir auch egal. Ja, Leute, ich bin mit meinen Freunden bei Kindergarten und wir haben alle Energy und ja, Hashtag cool und Hashtag Energy in die Kommentare. Hashtag cool und Hashtag Energy in die Kommentare. Schreibt an der Stelle mal wieder einen Kommentar für den Algorithmus, würde mich sehr freuen. Dankeschön. Drei Stück noch, Luca. Der Luca, ja. Perfekt. Ich habe da einfach wieder nur Villager-Sounds drüber gelegt von Minecraft, keine Ahnung. Da hast du kein Copyright drauf, Digga. Egal, ich mache trotzdem Villager-Sounds drüber. Er denkt, das ist der Jason Rulo. Ist es. Ich will nur das noch mein Leben lang machen. Ich will TikToker werden jetzt. Der Vortokat so, wie du später den Kindern zeigen. Ja, und dann sagen, ich verstehe, dass ihr mich nicht achtet. Ihr seid mein Herz, ihr seid meine Augen. Und du bist alle mein Liebling. Du bist mein Liebling, du, 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 mein Liebling. Die Polizei fragt nach wie vor, haben sie diesen Mann gesehen? Das war natürlich ein Witz. Ich finde den Typen übertrieben funny, muss ich ehrlich sagen. Den fühle ich wirklich richtig, weil der ist, glaube ich, einfach ein richtig lieber Kerl. Ich hoffe mal, dass der wirklich ein lieber Kerl ist, weil sonst habe ich mich jetzt echt in die Sch*** geritten. So, komm, eins noch. Nee, egal. Komm, nee, komm. Scheiß drauf. Nee, komm, Leute, es reicht. Das war es mit dieser unglaublich geilen Compilation. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Juhu! 50.000 Likes. Ich bin auf jeden Fall bei TikTok dabei. Ich habe richtig Bock. Ich kaufe mir extra ein TikTok-Phone und schmeiße es danach weg. Das war es an der Stelle, meine Freunde. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Ciao.